Hallo ihr Lieben, euer Girl. Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Mit Henna. Gucken wir, wo wir hier sind. Nicht Kammerdann. Sonnensperre Arena. Guckt es euch an. Sonnensperre Arena. Da war wahrscheinlich noch nie jemand von euch. Und wir können nicht mal feiten. Stufe 1 bis 10. Wow. Krass. Wow, echt heftig. So Leute. Diese Rüe... Oh Gott, was ist das für eine komische Musik? Diese Rüstung werden wir nie wieder sehen. Die ich jetzt anhabe. Auch wenn die schön ist. Bis zu reich der Qual wäre ich jetzt Sonnensperre Rüst zu nehmen. Und danach nur die Obsidian. Das ist zumindest mein Plan. Irgendwie konnte ich hier gar keine Quests annehmen. Und ich habe ja die meisten Quests schon gemacht. Weil logischerweise der Parkour hier das Tutorial hatte. Ja. Dumm gelaufen, ne? Was ist das hier? Das wäre die Arena. Ich glaube sowas gab es auch in Random Arena. Ja, so eine ähnliche Arena. Und so eine Low-Level-Arena gibt es ja in Prof auch. Gibt es ja auch in Chignyere? In einer Dings oder was? Im Kloster? Alle hellen. Ja. Chignyere waren wir, glaube ich, auch in der Arena. Wo wir noch nicht fahren, dann gibt es mehr Arenen. Nördliche Zittergipfel-Arena. Ascalon-Arena. Alles mit unterschieden Level-Tags. Ja, und diese Jagdbiegung-Arena gibt es doch auch. Ja. Ich glaube, die war das, die nördliche Zittergipfel-Arena. So, jetzt sind wir bei Kammerdahn. Und Leute. Gute Nachrichten. In Schwerhölfelder, da muss man nicht hin. Da gibt es keine Gegner. Das kann man nicht klären. Das ist aber nicht die gute Nachricht. Ich habe ja so gesagt, oh nee, jetzt wird erstmal in der Ritualist gespielt. Nervig. So, jetzt kommt der Witz. Wir haben uns das genau in der Loop vor angeschaut. Achtergebiet. 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 Wenn man schlau ist, startet man hier. Schwarzwasserloch. Und hat hier acht Leute. Wenn man hier reingeht, hat man nur vier Leute. Das heißt, Achtergebiet, Achtergebiet. Und von hier kann man auch Felsen von Dojoch. Hat an Schafir Leute acht. Und wenn wir hier einen Part beenden und dann hier reingehen, zur Zilonenbucht, haben wir auch acht. Das gesamte Tutorialgebiet von Guild Wars Nightfall kann man mit acht Leuten machen, außer das Flachland von Yarin. Ist das nicht insane? Ist das nicht insane? Ich finde das mega... Doch, diese Dinger einzusammeln. Oh. Verkrüppelungsqual. Hä, Level 22 waren die Maschinen hier auch so? Muss ja. Das war nur ein Einzelner. Er nimmt dich ganz schön auseinander. Jetzt haben wir aber nur Sanatius, ne? Wer damit rettet? Ne, ich ja auch. Und du auch. Ja, ich. Achso, shit. Ach ja, du bist ja jetzt auf einmal... Oh. Jetzt bin ich die Ritualist dann. Na, wenigstens bist du immer noch agile. What's up? Warum fehlt denn der Zauberstab? Ich wundere, warum die immer da rangeht. Hä? Wollt er boxen oder was? Ja, weiß ich auch nicht. Sie. Ja. Skar. Ja. Gorn will immer boxen. So. Das einzig coole ist, dass man bei vier Gebieten Ebon-Fold auserziehen hat. Oh, der wird natürlich bei Ascalon noch ein bisschen Messer sein. Ja, zumindest gegen die Char. Stimmt. Sind die ja nicht nur Char. Ne. Verschlinger etc. Und so. Er hat Elementare und dieser ganze Crap. Ja, am schlimmsten sind die Groids. Die Groids sind am allerschlimmsten. Ja, dies gewählt, I don't know. Nur so einzelne Gegner. Und es sind actually hier 218 Gegner, wo sollen die ja alle sein. 218 Gegner. Ja, maximal verteilt halt, ne? Auch wenn das jetzt vielleicht nicht das Highlight ist. Ich sag's immer so. Objektiv vertrachte, ist es vielleicht das beste Toy-Gebiet, weil die Gebiete an sich ultra abwechslungsreich sind. Oh, guck mal, hier geht's nach Eye of the North. Lol. Die Gebiete sind halt voll abwechslungsreich. Ja. Das true. Schenier hat immer den gleichen Vibe. Ascalon hat immer den gleichen Vibe. Hier ist jedes Gebiet anders. Jedes Gebiet. Was ist denn mit ihm? Achso, ich dachte, der Baum hier wäre auch einer. Hier dieser Baum. Das ist so eine Venus-Blieben-Falle oder so. Voll random. Wie eine fleischfressende Pflanze. Eben. Sah gefährlich aus. Sanatio steht direkt da runter, ey. Ja. Oh, ich hab mich eh voll erschrocken, actually. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Was geht das so da los, Leute? Was jetzt? Mit der Battle-Musik. Achso. Die Battle-Musik, ey. Bauchige Schwert. Oh, ich erinnere mich jetzt so, dass es war echt kacke zu klären. Und deswegen sind nur so einzelne Gegner. Die Leiste wird gar nicht voll, ey. Nee. Seht's wahrscheinlich eine Part länger. Ja, aber echt. Rätiger Chill-Part. Oh mein Gott. Ja, ach. Das macht's auch nicht schneller. Gut, dass du jetzt nicht immer gone up. Ja, stimmt. Denn es ist wieder game over. Sag nicht, dass Nightfall-Skill und ich spam das. Bitte nicht. Bestimmt. Das ist unser kryptoniert. Runde, 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 Stille, Stimme, Night und der Dreck. Immer der Adon, ne? Herkules. Oh, hier ist ein Boss auch, hab ich gar nicht gemerkt. Hallo, hallo, hallo. Oh, Sanatius ist tot. Weißt du, was bedeutet? Ja, wie Spaß. Wie Spaß. Jawohl, das sollte ich machen. Ich krieg halt kein Dings. Kein Schmerztrotzen. Wegen kein Adrenalin, weißt du? Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Erinnert ihr euch noch an Dings? An Xinyer, das erste Gebiet, was ich komplett alleine gemacht habe? Oh, wow. Jetzt musst du ja wirklich alleine alleine. Aber du hast noch den Legionär. Läuft der jetzt mit dir mit? Wenn der gleich nur Ruf steht, ne? Dann krieg ich echt einen Koller. Guck mal, wie schnell der stirbt. Hä, wieso der heilt sich? Ich finde der ist stark. Hasinspanzer, let's go. Rüstung, ach. Genau das, was man gebraucht hat. Ist das ein Schild wahrscheinlich, oder wie? Ja, ja. Ja, muss ja. Ist das Einzige, was Rüstung macht als Gegenstand. Noob, shit. Wenn du den aber am Anfang rüstst, dann... Ja, kannst du mal den Kids auf dem Schulhof angeben. Ja. Ich hab die neuen Air Max. Ja, Hannah. Na? Na, solange es immer nur einer ist, soll es wohl gehen. Jetzt siehst du Guild Wars in guter Grafik. Aber echt. Ja, oder es sind Großes natürlich auch einfach viel geiler, ey. Bei dir sieht alles so nice aus. Bei mir alles so richtig verpitzelt und klein. Mein Screen ist ja schon tatsächlich so alt, wie wo ich Guild Wars gespielt habe. Ja, aber mein Ding hier an dem PC ist, glaube ich, auch LCD. Bei dir ist ja irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall... Sieht krass aus, ne? Es hat ja viele sattere Farben. Sieht besser aus als manches Nintendo Switch-Spiel für heute. Ja gut, aber die sind ja auch von der Grafik her. Ja. Da kommst du ja nicht drauf an. Hier hat direkt keinen Bock mehr. Tschüss. Ja, am Anfang noch so One-on-One gegen Caster. Naja, nicht wirklich, aber... Aber jetzt er wieder. Ich hab ihn vermisst. Äh. Mit dem V auf der Stirn. Wie, wie hier, wie heißt der Wester nochmal? Welcher? Der so ein bisschen cocky ist. Sind die alle? Jeder Zweite. Aber wie heißt der denn nochmal? Mit den Tattoos haben die auch alle. Jeder Zweite. Mit den Muskeln der vielleicht? Meinst du den? Oh Mann. Der mit dem Bart. Wow. Der mit zwei Armen und zwei Beinen. Wie heißt der nochmal? Welche Karre hat der denn gefahren bei Crush Hour? Den gab's den ja noch nicht. Ach so, der ist ein neuer? Dann kenn ich den garantiert nicht. Nicht viel neuer. Den kennst du. No idea. Ich komm jetzt auch nicht drauf. Man versucht, Leute, in Schatten und zu. Wenn ich auf Aufnahmen beenden drücke, dann weiß ich es sofort. Locker gleich auch wieder. Die ganzen Summons, ey. Was ist jetzt mit dem Legionär? Ne, er steht noch bei mir. Der wird kastriert. Der steht jetzt für immer hier rum. Genau, der Möwe. Der ist ja auch noch hier. Ja gut, das ist natürlich. Er wacht wieder in Tiefe-Modus. Das ist echt so. Nur du allein, ey. Vor allem jetzt kannst du ja auch nie den Legionär bei dir beschwören, weil er bei mir immer stehen bleibt. Und ich hätte ihn echt gebraucht. Ja, der wäre... Roman Reigns. Ah. Siehste? Kaum denkt man nicht mehr drüber nach. Geht mal wieder an den begeisterten Löwen. Ey, zack schon. Kommt's wieder, ey. Den kennst du aber auch. Ja, aber nicht aktiv. Der... 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 Der Spiel Roman Reigns. Wie er sich bewegt. So laufe ich manchmal durch die Stadt, wenn ich mich richtig gut fühle, ey. So richtig und gute und geile Musik im Ohr habe. Ja, dann kann ich verstehen. Mach ich auch. Schön walk like a badass player. Mach ich genauso. Das hält dann immer so 20 Minuten an. Dann gucke ich hier in den Spiegel, liegen die Haare falsch, ey. Und dann so, okay, never mind. Jetzt guck ich hier halt vorher. Ja. Das ist klar. Zuhause im Spiegel sieht man richtig gut aus. Mal unterwegs da. Hä? Wie gut manchmal der Wind, ne? Ja, oder keine Ahnung. Auch nur einfach das Licht. Oder der Winkel. Zuhause sieht es auch immer perfekt aus. Und dann kommt einmal Wind, dann sieht man so aus, als wäre man gerade aufgestanden und hat sich nicht gekämmt. Ich hasse es. Oh, jetzt ist vorbei. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hast du den Rissklang überhaupt gecastet? Das wäre vielleicht wichtig. Ich glaube, das ist jetzt mein Kryptonit. Cool. Was ist mit denen eigentlich los? Rissklang, hast du den? Oh, ich glaube, das war's. Boah, der Schaden. Ich glaube, das war's, ihr Lieben. Ich nehme euch noch mit ins Grab. Ich wollte gerade irgendwie was, ein Legionär oder so, und dann, oh, wait. Ja, im Normal-Mode wäre es möglich gewesen, würde ich sagen. Im Normal-Mode sind die Level 3 oder so. Ach so, ja, okay. Ja, Leute, ne? So viel zum Thema Tutorial-Gebiet. Ach so, doch, der Boss ist noch da. Ich dachte, ihr hättet auf dem Boss erstmal. So viel zum Thema Tutorial-Gebiet. Ah, da bin ich ja wieder. Kleiner Spoiler an der Stelle. Ascalon ist ungefähr dreimal so schwer, mindestens. Ja, okay, mit den Iboga müssen wir aufpassen. Oder wer das war? Sturm, ja, holen an. Meinst du, der Legionär? Der Boss stirbt! Ja, sag ich doch. Da! Man kann mit Geistern die ganzen Tutorial-Gebiete solo machen. Aber wenn die einen pressern, dann ist es vorbei. Da! Ja, Goran schafft's noch. Den Sturmringer hab ich sogar. Nee, Goran hat keinen Schlag mehr reingekriegt. Die Waffe hab ich mal irgendwo. Der Löwe wurde geportet, ne? Aber wo ist der Legionär? Ja, wo ist der? Was ist das denn? Das hatten wir noch nie. Dass der Löwe oder der Legionär am Ende noch steht. Das hatten wir noch nie. Habt ihr es nicht mal gesagt? Alle tot, nur der Löwe lebt. So ähnlich war es ja jetzt. Muss ja, ne? Stimmt. So ähnlich war es ja jetzt. Aber wie hat der Löwe es denn jetzt überstanden? Der muss ja einfach gar nicht gefokust worden sein. Nicht gefokust, oder? Ja. Kein, rettet euch selbst. Wir sind ja jetzt alle squishy. Ja, stimmt. Weiß ich nicht, wie viel Energie hat denn der Löwe? Also ich glaube, der Legionär, der kommt nicht. Der Löwe hat halt mehr Leben als wir. So dumm wie es klingt. Ja gut, weil wir sterben mal. Aber 540 hab ich auch nicht. Und Goran auch nicht. Du aber, ne? 540? Ja, aber nur mit Schmerztrotzen halt, ne? Ach so. Ja, sonst hab ich weniger als ihr alle. Der Löwe, Alter. Stimmt, du konntest eigentlich voll auf Stärke oder was das ist gehen, weil du kriegst ja dadurch sogar mehr. Ja, hab ich ja auch. Ja. Ich hab plus 4 Stärke. Understandable. Also plus 3 die Hune, aber halt auf dem Helm. Beziehungsweise in meinem Fall auf meinem Bandana. 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 Äh, übel riechende Masse. So kann man Scheiße auch umschreiben. Ja. Kommt drauf an, es sei denn, sie wurde mit dem T-Rex eingesprüht. Dann ist es nur noch eine Masse. Eher auch. Ein Sprühstoß vom T-Rex überdeckt einen ganzen Kudu. Ja, der überdeckt echt alles. Das Parfüm ist so brachial. Muss auch. Wenn das Parfüm schon T-Rex heißt. Ist so. Wenn der auch noch angezogen ist wie Tony Montana. Ey, dann muss es ja der krasseste überhaupt sein. Mafia war's. Eso. Bam, bam, bam. Betühltpflanzen. Aber ich hätte auch noch gerne das Rihorn mal gerochen. Ey, das ist so richtig schön im Admiralskluft. Gibt's von Zoologist so ein Probier-Set. Da schicken sie ja 20 Proben oder so. Kostet? Honi. Proben sind aber nicht immer so klein. Egal, wie viel ist in der Probe drin? Fünf Milliliter, glaube ich. Also reicht für anderthalb, zwei Wochen. Je nachdem, wie viel du sprühst. Braucht man bei dem Zeug ja wahrscheinlich nicht so was. Ne, eben. Ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ne, ja. Das wäre vielleicht mal was. Schon nicht schlecht. Hast du ein Jahr lang, kannst du verschiedene Düfte? Für mich nicht. Ich brauche die Flagg raus. Ich mag die Proben nicht, aber falls du auch mal Bock drauf hast. Ich meine, ein Jahr ist jetzt nicht geschenkt, sozusagen. Es ist immer noch viel Geld. Aber wenn man halt auf Düfte steht und so und einem das wert ist, 100 Euro im Jahr, also für ein ganzes Jahr, sind halt 10 Euro im Monat, dafür, dass man immer geil riecht. Keine Ahnung. Kann man sagen, ist wert. Würde ich behaupten. Wie gesagt, wenn man da halt Wert drauf legt. Ist eigentlich kein schlechter Deal. Qualitativ hochwertiger Duft. Ja. Ja, und vor allen Dingen, es sind ja Nischenlüfte, so spezielle. Ja, eben. Wie so ein Abenteuer, diese Rologist-Düfte. Aber jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich kein... Ja, doch, jetzt habe ich das. Ich glaube, es endet wieder so. Diese Verkrüpplungsqual, das ist eigentlich so kacke, der Skill. Aber wenn man nur einen Highlight, der D-Rack nervt schon ein bisschen. Geht auch ziemlich lange. Was wirklich das entscheidende Problem hier ist, ist, wenn man halt kein Adrenalin kriegt. Aber die sind jetzt schon down, die das machen. Nö. Einer lebt noch. Echt noch? Ach, der Iboga. Wer macht das? Aber geht ja. Mesmer und Elend, nur das Nervlichste hier. Aber echt. Na? Aber Elend kann man echt nicht unterschätzen, haben wir ja in der Tiefe gemerkt. Also bei uns, aber auch im eigenen Team. Ja. Die haben schon richtig reingezimmert. Wir haben echt, lange Zeit haben wir immer so, ja, Ele, mhm, mhm. Ist halt ein bisschen langweilig. Von Tricony so mäßig so, ja. Aber es ist einfach immer noch ein valider Damage-Dealer, ey. Beim Ele fand ich auch, das ist eher geil mit dem Knockdown und Meteor-Shower. Ja, aber die haben auch ordentlich Schaden gemacht. Weil so ist es halt sinnvoller, finde ich, wenn du halt so unterbrichst und Damage machst, was rüstungsignorierend ist. Oder Lebenskraft entziehen, wie Neko. Rüstungsignorieren und du heizt dich noch. Ist halt geiler als Ele. Ja. Meine Damen und Herren. Und wenn ihr rettet euch selbst, macht der Ele wieder null Damage. Ich weiß nicht, es gibt halt zu viele gute Alternativen, finde ich. Ja. Dass man jetzt sagt, ja, wir nehmen Ele. Wenn es nur ums reine Damage-Dealen geht, ist ja auch messen wir mit der Energiewelle oder so. Wen soll wer rausschmeißen? Gwen, auf die möchte ich nicht verzichten. Die alle unterbricht. Nee, für unser Team ist halt auch wurscht. Ja gut, im Zweifelsfall könnte man Goran rausschmeißen. Nein. Da hätten wir zu viele Caster. Ja. Also kommt halt drauf an. Das funktioniert auch nicht. Goran kann man für Anton rausschmeißen, wenn man Bock drauf hat. Das ist richtig. Aber rausschmeißen will ich jetzt nicht. Was ist denn jetzt mit meinem dummen Legionär? Dann kommt wieder sowas, oh, du kannst hier keinen Zauber benutzen, so, da bist du ganz schnell überzaubert und dann warst du das. Komplett lahm und lieb. Ja gut, in so einem Special-Case ist natürlich lame, ja. Ich finde das so gut, wie ist das? Wen würdest du sonst rausschmeißen? Die sind halt all Ultra-Ghost-Spammer, kannst du die rausschmeißen, Minion-Master ist meinem Nachzugen, vor allem wie oft Jeremy und John Kerry tat. Ja, absolut. Und Monk rausschmeißen mit dem besten Redskill im Spiel? Nee, sag ich auch gar nicht. Das geht halt nicht. Das ist in unserem Team nicht wirklich relevant, aber grundsätzlich halt. Und wir haben es halt richtig gemacht. Wir haben die ELE dann benutzt, wo wir noch Platz hatten. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie es mit Gateworks... Da war es ja aber dann auch direkt erste Wahl. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Gateworks Beyond war, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal ein Comeback. ELE und Ritu-Comeback. Ich fand, Liren war auch gut mit den Extra-Geistern und alles und den Support-Schutz-Geistern. Die war auch gut, aber es passt halt nicht hier mehr rein, Anders. Ja, leider nicht. Deswegen. Und Anton ist auch cool. Der entfernt Haltung und alles, macht Flächendamage und übelstend Damage. Anton. Ja. Mir ist sowieso aufgefallen, dass wir noch... Also, halt eigentlich an sich... Ich dachte so, hm, nach dem Bezwingen ist es im Grunde vorbei, das Spiel. Aber wenn ich an Guild Wars Beyond denke, da ist ja... Wenn das so viele Quests teilweise sind, die dann halt so schwer sind, dass man da auch lange für braucht, dann ist ja Guild Wars Beyond beide Teile nochmal wie eine ganze Kampagne bezwingen. Das ist ja insane. Mehr. Na. Was ist denn hier passiert? Kommt drauf an. Prof bezwingen kannst du vergleichen damit. Sanatius ist passiert. Oh, das ist natürlich schlecht. Oh, ich hab doch die Schriftrolle der Wiederbelebung. Den musst du aber wiederholen. Ich kann nicht wiederbeleben, Ron. Ah, die kannst du ja nicht. Schriftrolle der Wiederbelebung hätte ich in Schuhe, habe ich aber nicht mitgenommen. Moment, also kann nur ich wiederbeleben? Ja. Ja, aber ich kann ja immer nur temporär. Oh mein Gott. Ich kann immer schon sehen, wenn meine Fertigkeit fast wieder auf, also halb, halb wieder aufgeladen ist, dann sehe ich schon, dass er wieder umkippt. So, jetzt hat er noch fünf Sekunden zu leben. Oh Gott. Drei. Zwei. Eins. Daumen. Für Ascalon, jetzt weiß ich, wofür ich die brauche, die Schriftrollen der Wiederbelebung. Für Ascalon nehme ich die mit. Ja. Genau für diese Momente. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich ja irgendwas Besseres reinnehmen. Also Uralts Hammer ist halt für diesen Zweck halt voll Kacke. Hier bringt das eh nichts für dieses kleine Gebiet. Ja, dann müssen wir es an Nazis jetzt erstmal liegen lassen. Das hat ja keinen Zweck. Leute, dieses Viergebiet, oder? Es ist einfach... Und die Sechse, wie ist es auch nicht besser? Wir haben nur einen optimalen Bild für acht. Zeige ich euch, wie es ist. Also einen optimalen... äh... Creative Bild, sage ich mal. Klar kann man auch noch bessere Bild erstellen. Klar, aber der funktioniert schon sehr, sehr gut. Die sind halt dann gecheased, sage ich mal. Ich finde, der funktioniert sehr, sehr gut. Ja, ja. Sonst hätten wir auch nicht die First Stride. Stimmt auch wieder. Ohne Concepts mit nix an allem. Ohne Concepts mit nur einem Messer. Ja. Und der hat nicht mal Energiewelle. Gut, ich meine, Energiewelle ist ja auch nur deswegen so stark. Wenn du nur einen Messer hast, ist halt Panik besser als... Nur einen Messer mit Energiewelle ist nicht gut. Ja, eben. Aber Panik ist halt... Ja, Panik ist krass. Ja. Eigentlich, ja gut, es ist halt wenigstens eine Elite-Fertigkeit, ey. Es ist nicht ganz so cheesy wie... Bei Messer weiß man nie, ne? Ja, es ist halt nicht ganz so cheesy wie... Splitterwaffe. Splitterwaffe, was nicht mal Elite ist, ey. Ja, das verstehe ich auch nicht. Es gibt so viele Ritualisten-Waffen-Zauber, die Elite sind, die deutlich schlechter sind als Splitterwaffe. Deutlich schlechter. Waffe der Beschleunigung zum Beispiel. Ist nicht schlecht, aber deutlich schlechter als Splitterwaffe. Was die fallenden Ritualisten immer... Oh, what the action. Wir können auch alle nicht heilen, ne? Ich kann mich heilen mit Panikivismus. Und Goran kann sich auch selbst heilen. Ich muss jetzt immer zwischen den Matches ein Schild reinnehmen, damit ich mich überhaupt von alleine voll heile. Kämpft mal schön, ich hab kein Leben. In Guild Wars Beyond bekommen wir auch noch drei zusätzliche Helden. Und der dritte soll wohl unmöglich schwer sein zu bekommen. Wir probieren's. Ich komme, ich rette dich, Goran. Wir probieren's auf jeden Fall, Leute. Gehört eigentlich auch zu 100%. Oh, so viel zu Goran retten. Oh mein Gott. Ich hab gedacht, der hält ein bisschen länger durch. Ich dachte, das Squeed wär viel einfacher. Welcome back, Goran. Ich dachte, das Squeed wär viel einfacher, du auch? Naja, Vierergruppe ist halt Vierergruppe, da sind wir einfach nicht drauf ausgelegt. Ja, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass die teilweise so Riesengruppen haben. Das war bei Xingyea auch nicht so. Das Ding ist, wir können uns ja auch gar nicht heilen. Also ich mein, irgendwann geht man dann ja immer drauf, wenn man sich null heilen kann. Guck mal, ich mein, down kriegen wir die ja easy. Die gehen ja richtig in die Knie, siehst du ja. Was heißt? Man heilt sich doch automatisch. Ja, aber nur zwischen der Kämpfe. Ja, klar, dann geht es. Ja. Aber, ja. Weiß gar nicht wofür, ich rettet euch selbst machen, du wirst ja eh nicht angegriffen. Eis-Zahn-Blind-Rub. So, jetzt hab ich wieder das Problem, dass ich gleich Leben verliere. Ah, ne, nicht ganz. Ich fall nicht ganz auf null. Scheiße, ich fremane. Ah, shit. Roman Reigns, kommt wieder. Zack, zack. Ich heile mich noch ein bisschen, bevor ich angreife. Ja, er verschwindet gleich, aber. Ach, scheiße. Ja, Roman Reigns ist schon wieder weg. Auf Flamingo. Ha, wo kommt der denn jetzt? Ach so. Ich dachte, jetzt kam es doch wieder ein Gegner. Ich denke so, wie kann das denn jetzt sein? Don Flamingo. Ich hab mir eben aufgezeigt, One Piece gab es wohl in Berlin. So eine Eis-Deal. Ach so, ja. Ruffy's Waffel. Eigentlich ein Waffelladen, aber kann man auch Eis, glaube ich, kriegen. Ja. Eis, Waffeln. Ja. Und dann alles, komplett die ganzen One Piece Artworks draußen und drinnen. Aber er hat schon wieder geschlossen und hat bestimmt Ärger gekriegt. Ja. Ich meine, in Japan ist es normal, dass es solche Läden gibt. Aber es ist ja, da kommt es ja auch weg, diese Anime-Kultur. Küstenwächter, was geht denn da ab? Aber wenn du es so ohne Lizenz in Deutschland machst, ist es ja ripp. Ja. I guess. Also ich denke, wenn du es ohne Lizenz in Japan machst, kriegst du es auch Ärger. Ja, aber da ist es alles mehr connected. Ja. Oh, hier. Das ist ja nice. Was denn? Na, hier. Stimmt. Die kommen hier ja auch. Ja, da kann ich mich wenigstens noch ein bisschen besser heilen. Ich glaube, ich brauche davon nichts. Doch. Oh, shit. Oh, shit. Hast du Dingens genommen? Das unterste? Ja. Ja, genau. Ist doch geil. Plus eins auf alle Ritualisten-Attribute, Leute. Zack, schon fast wie ein vollwertiger. Nobody can tell me shit. Tja, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Nur halt egal. Das ist doch geil. Das ist doch witzig. Das ist wieder so nahe, alter Shinya-Flashback. Holy shit, guck mal. Wir müssen gleich mal da vorbei, wo der Legionär liegt. Stimmt. Ja, der wäre jetzt echt nützlich gewesen. Ja. Je weniger Leute man hat, desto praktischer ist jeder Einzelne. Der liegt jetzt aber wirklich einzeln Pullen. Ganz komisch. Das Gute ist, jetzt heile ich mich so sehr pro Schlag. Das ist schon ganz praktisch. Ich heile mich acht pro Treffer. Ja, und die werden wohl nicht die krassen Bits haben im ersten Beed in Night Forth. Das ist wohl wahr. Vielleicht kannst du ja wegtanken. Ja, ja. Bis sie gleich da umkriegen. An sich schon, aber ich verliere schon mit der Zeit Leben. Also, solange ich mich nicht heilen kann. Ist ja nur das bisschen von dem, jetzt muss ich auf die hier gehen, wo ich mehr Leute gleichzeitig treffe. Dann heile ich mich natürlich brutal hoch pro Schlag. Dann heile ich mich 16, 24 pro Schlag. Die müssen richtig stehen. Das ist so, als Flachland von Jarin ist halt sehr open space. Leider. Wo war das? In Rehaskrater, ne, das Gebiet. Ja, ja, da geht's besser. Da hast du das ja immer die ganze Zeit gehabt. Ja, das ging ganz gut. Und an den Hügel von Zotz-Schivrusknall. Die beste Mission im Spiel. Ach, hör mir auf. Da hast du Albträume von mir kommen. Warte, 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 lass mich erst heilen. Ja, ich wollte nur die Geister aufstellen. Hauptsache, die Battle-Musik kommt schon. Ist so lustig, ne, dass du was mit dem Energiemanagement hinkriegst. Als Paragon. Ja, dieser eine Skill ist halt einfach brutal heftig. Ja, der ist auch ein bisschen broken, irgendwie. Ja, macht halt jeden zum Caster irgendwie. Naja, jeden zum Ghost-Spammer. Ja, ja, ohne Geister, ja, klar geht's nicht, aber. Einen Geist ist, glaub ich, auch zu wenig. Ja, wahrscheinlich. Aber im Siegel der Geist kann ja direkt drei, ohne dass so viel Energie ist. Ja, und das ist ja auch noch umsonst. Ja, das ist auch so ein Skill, der viel zu broken ist. Aber der wird im PvP auch genervt. Ja. Splitterlauf wurde auch genervt. Ja, hier ist keiner. Und ist trotzdem broken. Kommt hier denn auch keiner, oder was? Hä, doch, aber da ist doch keine Figur. Doch. Trainers, ach so. Was meinst du? Ja, die ist auch richtig praktisch jetzt für mich. Jetzt brauch ich die Sense nicht mehr rausnehmen. Ach Mensch, Paragon und Sachen. Problem ist, ich bin aktuell kein Paragon. Übrigens, wir haben alle Klassen mal richtig geshowcast. Alle Klassen. Wir hatten Margret und wir hatten richtig kreative Sachen. Aber eine Klasse, die wir beide nicht mögen, haben wir nie benutzt. Im gesamten Let's Play nicht. Auch im Team nicht. Weil ich wüsste halt nicht, warum. Bei Edeln gibt es halt diese Nischen nutzen. Bei Assassinen gibt es diese Nischen nutzen halt. Kann auch, könnte auch ein Gornersatz sein. Aber bei der Klasse, I don't know. Und zwar geht es um Dervish. Ja, also wenn man es selbst als Spieler spielt, dann kann man ein paar coole Sachen mit denen machen. Wir sind gut geworden durch die Buffs. Aber was Henner jetzt sagt, wenn man die selber spielt, als Held. Als Held, I don't know. Doch, wir hatten mal Meloni. Wir mussten die mal nehmen. Aber immer, wenn wir die hatten, war es scheiße schwer. Und die war immer tot. Ja, es ist einfach nicht so wirklich stark. Muss man ehrlich sagen. Wir könnten auch sogar Mox nehmen. Der kann nicht mal vergiftet werden und alles. Eigentlich ziemlich krass. Problem ist halt, ja. Keine Blutung, keine Krankheit. Ja. Ja, Mox ist bestimmt ein einziges Mal dabei. Wir hatten jeden Helden einmal gezeigt. Ja, stimmt. Deswegen, drei Helden kommen noch. Drei gibt es noch. Drei? Wieso gerade drei? Rito, Assassino und Paragon. Drei Helden kann man noch freischalten. Echt? Ja. Ja, zwei durch Beyond, oder nicht? Ja, Miku und diesen Sale. Ach, diesen Fakurei. Ja. Ja, okay. Leutnant. Kieran, Fakurei. Stimmt. Und bei Krieg und Krüter kriegt man gar keinen. Irgendwie wack. Ist echt ultra wack. Und so wie wir das gelesen haben, mal Wind des Wandels, muss man das zweimal durchspielen. Einmal auf hart und einmal auf normal. Ja, oh nee. Aber erstes ist ein lustiger Challenge und wenn es da was für gibt, müssen wir es halt machen. Zumal diese Kassetten, die man dafür kriegt, auch richtig broken sein können. Da kriegt man nämlich den besten Summon im Spiel. Stimmt. Das Tengu-Leuchtfeuer kommt drei Tengus, die Insane Builds haben. Insane Builds. Ah, okay. Ich hatte Dings nicht aktiv. Aber trotzdem kriegen die mich dauernd. Der Ehele. Kann mich ja nicht heilen. Rüstungsdurchdringung. Das war bestimmt wieder Ibo geil. Ja, natürlich. Wegen Messmal. Die sind einfach zu krass. Messmal. Und ArenaNet denkt, glaube ich, Messmal ist die schlechteste Klasse. Es gibt so viele Hinweise darauf, dass sie das denken. Wir haben ja irgendwas mit denen los. Norgo wird als Honk dargestellt und als Schwach dargestellt. Dann das mit Kanak-Sai, dass wenn er geschwächt ist, dann die Onis kommen. Und wenn er ganz wenig verloren hat, dann die Messmal kommen, die eigentlich viel gefährlicher sind. Die am allerkrassesten sind, ja. Es gibt viele Hinweise darauf, dass ArenaNet denkt, Messmal können nichts. Und die haben, glaube ich, keine großen Änderungen bekommen. Die Messmal. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es ganz früher war. Früher hat man das, glaube ich, gedacht. Ich glaube, die wollte einfach nur nie einer spielen, weil die irgendwie lame wirken. Dann gibt es Dervisch und Ehele. Dervisch fand man so als Kiddies gut. Oh, die können sich verbandeln in irgendwelche Götter. Ja, stimmt. Oh, Roman Reigns wieder. Kein Mana mehr. Ich habe kein Mana. Ach, das ist der von diesem Meme, wo irgendwie Undertaker oder so hinter ihm steht oder so. Ist das nicht der? Ja, ich glaube, ja. Den jetzt echt nur bei Crush Hour geben müssen, for real. Kam doch erst später, glaube ich. Ja. Nur, es war schön, dass du da bist. Aber Undertaker war geil mit dem komischen Motorrad, was auf beiden Seiten so einen Sarg hatte. Ja. Wie dumm eigentlich. Aber ich mochte seine Special Ability irgendwie nicht. Ja, mit den Seelen? Ist doch geil. Geht. Undertaker war auch einer der krassen Wessler und ich finde, im Spiel war ja zwar nicht schlecht, aber irgendwie zu Anders Jugend, finde ich. Ja, hat halt nichts ausgehalten. Das ist halt schlecht in dem Spiel, da musst du echt aufpassen. Das hast du auch mal gespielt, oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Das hätten wir mal zusammenspielen müssen auch. Können wir ja noch. Ja, stimmt. Können wir eigentlich mal machen. Irgendwie irgendwann. In tausend Jahren. Müssen wir leider immer die Intros skippen. Ah, die sind Copyrighters. Ja, okay, stimmt. Da ist viel Musik auf dem. Ja, ist echt schade. Weil Christian musst du es da runternehmen. Dann stand er weltweit gesperrt. Leut. Und dann musste ich es nochmal neu rendern, neu editieren, ohne das Intro. Deswegen immer skippen, das kann man ja. Ja, klar. Schade, ne? Ja, obwohl ich jetzt nicht so krass fand. Also das war jetzt nicht das Bezeichnende von dem Spiel für mich. Nee, finde ich auch nicht. Nee, das sind ein A-Kämpfer. Die kriegt das schon drauf. I don't know. Das ist halt das Geile, weil Ghost ist, weil man kann es einfach einfach weglaufen und töten die und dann wieder. Und immer wieder Meat-Shields bauen. Also Meat. Weil die da dumm sind. Wenn die mich handen würden, wenn die mich langsam wären, hätten wir nämlich schon lange tot. So Ektoplasmas-Shield bauen. Ja, das ist ein bisschen weird, weil ich ja die Guido schon mal alle gekleert habe mit meinem Main Guido. Dann habe ich ja genau, genau... Gut, ich hatte hier noch einen anderen Skill. Aber sonst hatte ich genau das gespielt. Genau das. Und jetzt spiele ich es basically normal. Das ist halt irgendwie lustig. Mit Paragon. Ich weiß gar nicht, ich hatte hier einfach Essential. Ich habe da auch ein bisschen Mana zurück und mache noch Damage. Hatte ich da einfach drin. Ich könnte aber auch noch einen Geist nehmen. Schattengesang oder Qual. Ja, aber dann heißt es halt wirklich die Frage, ob man mit Mana noch hinkommt. Komm mal nicht. Aber du sollst die Geist ja vorher aufstellen. Ja, stimmt. Und du könntest ein Bip mitnehmen halt. Ja, ja. In unserem Fall haben wir das ja. Ja. Dann ist es absolut kein Problem. Guck, die können wir übrigens auch gar nicht ersetzen. Viel zu gut, wie wir. Nee. Nee. Außerdem hot. Aber die brauchen wir nur bei den Achtergebieten. Weil sonst lohnt sich das nicht so. Nee. Für Sechser, I don't know. Nicht wirklich. Obwohl sie auch mit heilt. Hatten wir ihr eigentlich auch ein neues Outfit gegeben. Ja, klar. Und? Und? Die macht halt auch dunkle Wut. Das ist auch nicht unterschätzt. Ja, das ist ultra strong. Das wird uns in Sechsergebieten wieder fehlen. Aber da habe ich ja einen normalen Umbagonenbild. In Sechsergebieten. Ja, das nervt nur mich halt auch ein bisschen. Und Goran hat ja viele Adrenalin-Skills. Siehst du doch. Zwei Stück. Er ist ja ein absoluter Xenomorph. Guck mal oben das Icon an. Da haben sie sich ja mal ein bisschen abgeguckt, ey. Ja. Hier, das ist mein Tenor. Welche sollen das denn sein? Skal. Skal. Die Fische. Fische. Die waren doch nur an einer Stelle hier. Ja. Haben wir eben schön irgendwie zwölf Sonnensperrpunkte gekriegt oder so. Das zieht nicht so geil aus. Absolut ist gar nichts. Da muss gleich irgendwo der Legionär sein. Hä? Was ist mit dem Legionär? Öh. Er ist einfach in eine andere Dimension gegangen oder so. Er ist jetzt verschwunden oder verschwinden die doch nach einer Stelle? Nein, nein. Ja, aber der kann ja nicht verstorben sein, oder? Also, da gab es ja keine... Gab es dann... Nee, Batouillen. Eigentlich nicht. Das wäre ja unlogisch, weil ich meine, der war ja noch ewig da. Kann ja nicht sein, dass da mit Batouillen alle 20 Minuten lang ist. Der Löwe bei der Tiefe ist auf jeden Fall nicht despawned. Nee. Goren voll der Hammer am Schwingen. Habe ich ja heute auch gesagt. Haben wir nochmal drüber gequatscht über die Tiefe. Goren voll der Hammer am Schwingen. Alles Leben und Tod. Darum geht es. Gegen Kanak Sai. Haut den runter und der Löwe so... Steht dann am Anfang. Das ist halt eine dumme Löwenfresse, ey. Ja. Kann ich leider jetzt... Doch. Guck mal, ich habe jetzt nicht einen abgerinst, ey. Der einen zähl in der Tiefe nicht gestorben ist, Leute. Aber der steht jedenfalls... Ach nee, der steht ja auch nicht mehr beim... Oh, ich glaube, das war's. Ich kann auch Roman Reigns nicht mehr helfen. Roman Reigns. Guck dir, ich verkrüppel uns... Doch, doch, reicht. Ja, aber wie soll ich das heilen? Ja, es geht doch gleich... Oh, das wird knapp. Doch, müsste gehen, oder? Nee. Nee, reicht nicht. Stell dir den... Ah, schnell den Apfel! Ah, eine Sekunde zu stehen. Er ist eh wasted. Aber dann ist es vielleicht gestorben. Es kommen noch so viele schwere Gebiete und... Maliks Unterwelt. Krieg in Krüter. Vor allem, ich habe schon nur noch 11% Malus, weil du schon so viel Erfahrung für mich wieder eingesackt hast. Ja, das war sehr großzügig von dir. Das Gebiet ist absolut kacke. So transparent und ehrlich möchte ich zu euch sein. Das weiß man immer nicht, was du hast. Ich mag das, wenn es schwer ist. So viele einzelne Leute. Und dann... Dann kommen so Riesengruppen. Als wäre es ein 6er oder 8er Gebiet. Was soll denn das? Das ist doch absolut scheiße. Muss man alles geben. Dann wird es halt mal ein bisschen tricky. Das ist halt nur so eine Ebene. Ja, und das... Nur so eine Ebene, das werden wir auch später noch haben, in Korner. Das Ganze ungefähr 10 Mal. Oh, ich habe so keinen Bock auf Korner. Ich mag es. Ich mag die Gegnertypen da auch. Vor allem diese Wachen. Und da gibt es noch diese Korsaren, oder? Nur die Korsaren mag ich. Ja, und dann schön mit deren Domen. Die haben immer so ein dummes Netz. Ja. Was macht das eigentlich, glaube ich. Das lohnt ein bisschen und die Angesgeschwindigkeit ein bisschen runter. Ja, genau, genau, genau. Es gibt ein Gebiet in Korner, wo ich mich sehr darauf freue, dass diese Piratenküste oder so ist. Da kommen nicht nur die Korsaren. Meines. Oh, die gibt es ja auch noch. Hatten die nicht eine Kommandensachen? Nee, die nicht. Gab es aber auch. Da, wo wir Zett bekommen haben. Die haben uns auch mal eine Pfanne gehalten. Da war so ein Boss. Mit Vampirstarren und so ein Scheiß. Was auch die Agrodons immer hatten. Ist das ein Boss? Oh Gott. Oh, ich sehe hier keinen. Taisunger, Black, die haben das. Den kann man kaum erkennen, dass der ein Boss ist. Warum machen die Geister denn nix? Stehen nur blöd rum. Stell ich seit neu auf. Stimmt, ne? So ist er fast gar nicht mehr. Kann man kaum erkennen. Ja. Ich habe es nur gesehen im Namen. Oh, der Damage. Der Damage, der Damage. Ich glaube, von dem habe ich auch schon den grünen Gegenstand. Ja, warum wohl? Wir haben hier so viel Farben und Griden. Was, wenn man hier einen Charakter erstellt? Ja. Du kannst erst weiter mit der Sonnensperre erreicht hast. Oder Level. Nee, nee, nee. Du hast halt nur Griden und hier die Gegner abfahren. Du machst quasi das, was wir jetzt machen. Nur im Normal-Mode. Und ultralangweilig. Oh, shit. Oh, das war es, glaube ich, wieder. Dass die auch heiß ungerer Blick haben, das ist voll die gute Fähigkeit. Im ersten Gebiet. Klar, das haben die nur im Hard-Mode. Trotzdem. Trotzdem. Schon wieder während dem Sturm, oder was? Ja, so einen Nazi-Sag habe ich ja gleich wieder geholt. Ich habe es gesehen. Einzige Problem ist, dass er uns nicht lange halten bleibt. Aber wenigstens diesen Kampf überstehen wir dadurch. Danach wird es wieder schwer. Jupp. Danach wieder Zero Heal. Dann Natius. Drei, zwei, eins. Und tschüss. Wir müssen immer darauf warten, dass ich Roman Reigns habe und den da reinschmeiße. Ja, ist echt. Weil der ist dann immer Primary Target und absorbiert auch dieses Fels und so. Er verschwindet ja hier ganz schnell. Naja. Große Halle der Sonnenspieler. Au. Au. Habt ihr schon eine Truhe davon? Was ist denn das finden wir hier? Das klingt so richtig kacke. Kann man ja nicht schönreden hier. Da würde ich lieber schön sechs Stunden ein Ründchen zum Schivruskanal machen. Ja. Also das kann ich nicht behaupten. Schönes Ründchen zum Schivruskanal. Oh, Level up. Ist ja auch nicht verbackt. Funktioniert ja voll gut. Vielleicht haben wir auch einfach Pech gehabt. Vielleicht ist das normalerweise nicht verbacken. Wir haben es auf Video. Wieder. Wieder für die Ewigkeit. Die Memes. Bei uns passieren eh komische Sachen. Das mit der Tiefe kannst du mir auch nicht erzählen, dass es so richtig ist. Was meinst du jetzt? Welches? Ja, am Anfang. Ach so. Das sieht das hier aus nichts. Das war früher auch nicht so. Oh nein, Agile. Auch ein Bug. Was ist los? Dein Leben? Mein Leben ist nicht das Problem. Das Problem war Naja, die eine schafft er wohl. Ach nee, der ist nochmal. And victory will be guaranteed. Das war das Problem. Kann man jetzt machen. He's gone. Forever. Gib ihm nochmal einen Moment der Freude. Kann mit der Löwe noch ein paar mitkommt. Kommst du einen, hab's. Sonst steht er da wieder in dem Blöd rum. Es sei denn, es poppt mir hier noch schnell allraunen auf. Ansonsten ist er weg. Dann war es das mit Gorin. Dann war es das mit Gorin. Gorin. Hier sind auch noch welche. Patrouillen. Hier waren wir auch noch gar nicht. Ist ja alles noch. Ach nee, ich war hier noch nicht. Du schon. Ach. Vielleicht der Löwe? Nö. Der trauert jetzt bei seinem Herrn und Meister. Seinem Herrn und Meister. Er steht da einfach. Boah, ist das sad. Guck mal sad, dass es ist. Er grinst. Er grinst aber noch. Doch, der grinst noch. Nö. Komm. Was mach ich jetzt? Gorin. Du schläfst nur, oder? Du schläfst nur. Wenn du einen Löwen fragst, ja, der schläfst immer so. Ja, natürlich. Er hat noch Hoffnung. Gut. Dann hat er bald Hoffnung. Es ist kacke. Sorry, Leute. Es kreist euch nicht schön rein. Aber fast geschafft. Chillig. Ging eigentlich von der Länge her. Ja, wir sind schon fast eine Stunde. Wir müssen natürlich noch suchen, aber trotzdem. Wir sind aber schon lange am Aufnehmen. Ja, stimmt schon, aber. No! Coilett Löwe, er sieht, dass da ein Gegner ist. Das interessiert ihn einfach nicht mehr. Nee, dann hat er keinen Bock mehr. Ja, jetzt müssen wir Gorin zurücklassen. Das war's. Goil! Und ich kann euch sagen, Ceylon, Bucht und so ist noch schwer als das Gebiet. Also, wenn ihr das mit vier macht, viel Spaß. Ja, aber echt. Das muss man schon wollen. Man kann auch die Kristallwüste cheesen. Von Profsize, weil wir hier, da gibt es einen Teleporter, führt nach Profsize. Da hat man eine Achter anstatt eine Sechsergruppe. Ja. Machen wir aber nicht. Kristallwüste sehe ich jetzt nicht das Problem. Außer die Hüter. Ja, das kriegen wir schon hin. Das wäre ein bisschen zu cheesy. Und es gibt ein paar bekloppte Leute, die Ascalon geschießt haben. Die sind vom Tempel der Zeitalter losgelaufen. Und durch die ganzen nördlichen, äh, ja doch nördlichen Zittergipfel. Bis sie bei Ascalon mit einer Achtergruppe sind. Wow. Ja, gut. Wenn man es anders nicht schafft. Da hat man den Titel nicht verdient. Nur Front. Wenn man es anders nicht schafft, dann nimm Gral der Macht. Ja, okay. Wenn man es damit nicht schafft, dann weiß ich auch nicht. Stimmt, das könnte man auch nicht machen. Konzepts kann ich tatsächlich verstehen bei Ascalon. Wobei Gral der Macht gleicht auch nicht aus, doppelt so große Gruppe zu haben. Nee, aber... Dann ist deine Gruppe im God-Mode, basically. Ja. Vor allem, wenn du die anderen Konzepte noch hast. Dann ist es, als wenn du... Dann ist es teilweise wie eine Achtergruppe. Legit, als wenn du gedopt wärst, ey. Ja. Also am besten, als achter Gruppe, I don't know. Na, weiß nicht. Mit dem ganzen Quatsch. Schwer zu sagen. Damage Output ist halt nicht viel höher. Kommt ganz drauf an, worum es geht. Also manche Sachen hat man einen Riesenvorteil, weil man halt schneller ist und so. Das bringt dir auch nicht. Du bist ja nicht schneller dadurch, dass du acht Leute hast statt vier. Also nur reine Geschwindigkeit. Klar, du tötest halt schneller, aber... Ja. Oder siegst halt schneller. Aber... Naja. Kommt halt drauf an, was die Aufgabe ist. Die Fähigkeiten laden bei Essenz der Geschwindigkeit aber auch, glaube ich, schneller auf. Warum habe ich eigentlich so wenig Leben hier zurzeit? Ich habe sonst immer über 800 Leben und jetzt auf einmal habe ich nur 799. Wegen Malus? Ne, ich habe keinen Malus. Okay. Sehr seltsam. Das irritiert mich, als hätte ich irgendwie eine Rüstung nicht an oder so. Was ist denn das denn schon wieder für welche? Ah, lecker. Ja, aber habe ich nicht. Ja, 485 stimmt aber mit dem Live. Hä? Vielleicht weil ein anderes zu anders? Ne, habe ich ja nicht. Hast du nicht noch? Ne. Weiß nicht, woran es liegt. Schwer zu sagen. Eigentlich alles normal. Gibt ja irgendwer Leben eigentlich nicht, der sonst dabei ist. Ne. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber naja, ist ja royal. Oder mache ich das als Imbergon? Ne, auch nicht. Ne, das ist reduziert nur. Es gibt nichts zu befürchten, reduziert nur. Hä? Hast du andere Waffen auch nicht noch? Ne. Komisch. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe gar nichts. Oh, da hinten. Drück mal Steuerung. Nice. Aber ich glaube, diese Spinnen sind nicht stark. Die haben den Schnellschuss. Aber guck mal, wie viele es sind. Das ist das Problem, glaube ich. Ja, aber die machen mir wirklich sehr, sehr wenig Schaden. Solange die nur auf mich gehen, ist okay. Ne, die machen mir sogar null Schaden. Oh, wow. Siehst du ja, bei mir tut sich gar nichts. Die können zu eiskalt wegfarmen, aber die droppen halt nichts, was man farmen könnte. Naja, ich... Ja, doch, ich kann die... Ja, stimmt. Mit Schmerz trotzdem kann ich die einfach wegfangen. Das ist nicht mal, weil du mir Dinge skippst. Das tust du ja auch gerade nicht. Nein. Die sind richtig kacke. Guck mal, die spammen ja auch nur schnell. Schnellschuss. Daumen war es so eine Riesengruppe wahrscheinlich. Die können ja nichts. Ne. Die machen legit nur das. Guck dir mal. Ja, okay, aber wenn du jetzt eine reine Castergruppe wärst, wäre es vielleicht trotzdem gefährlich. Naja, Schnellschuss. Die kann man auch ganz normal angreifen. Das macht kein Extra-Damage. Ja, das schon, aber ich meine, doch, im Zweifelsfall schon, weil du kriegst nur den, äh, die Boni bei manchen Sachen, wenn du eine Angriffsfertigkeit benutzt. Da wäre ein normaler Schuss dann schlechter. Ach so. Ja gut. Zum Beispiel Rüstungsdurchdringung bei den Waffen oder sowas. Das ist, glaube ich, nur bei denen du dann auch eine Fertigkeit benutzt. Bin mir aber nicht sicher. Aber in manchen Sachen ist das auf jeden Fall so. Zum Beispiel kriegst du nur den, als Krieger nur den Stärkebrot. Ja, bei Hymne der Flammen zum Beispiel. Alter. Das ist eine Fähigkeit benutzt bei Hymne der Flammen. Ja, was ist das denn für eine Kacke? Nee, ich kann nichts ändern. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Zack. Ja. Das ist so nervig mit diesem, wenn ich kein Adrenalin kriege. Das sind immer die Burger, ne? Die haben mich ja. Ja. Wer nicht gestorben bin, waren es auch die. Also, Verkrüpplungsqual, nochmal zum Mitschreiben, ist kein guter Skill. Punkt. Vor allen Dingen für Messmerverhältnisse. Grausam. Das ist eine Elite-Fähigkeit. Grausam. Das gilt. Aber wenn man nicht heilen kann. Aber wenn man eine Viergruppe hat, vor allem jetzt ohne Senatius, einmal krass tot. War so lang wie... Jetzt sind wir wieder da, wo wir den Dings verloren hatten, den Legionär unten rechts. Also von dir aus jetzt rechts, da, ja. Da hat er gestanden. Grausam ich gerade. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Guck mal, oben erstmal, dann geht's zum Wasser. Ja, guck mal erstmal. Die schaffst du jetzt vielleicht auch alleine, den letzten Gegner. Ich mehr von den Äpfeln möchte ich jetzt essen, nur damit's ein bisschen schneller geht. Ich, ja, wir haben ja Zeit. Hassins Panzer hab ich. Richtig strong. Guck mal, wenn man Hartmord spielt, im Anfangsgebiet droppen dann auch, ja... ...bessere Schilder. Ja, es sei denn, sie sind Brüder. Perfekt. Shit, der Legionär steht jetzt auch wieder bei mir. Hättest du eigentlich machen müssen, wäre besser gewesen. Ich brauch den nicht. Nö, für die leichten Gegner nicht, aber wenn noch ein Iboga kommt. Den schmeiß ich Roman Reigns da rein. Wenn zwei Iboga da sind, hab ich verloren. Ja. Junge, was ist das denn immer? Das ist doch immer so schon gewesen. Richtig dumm. Nervt übel. Der Fall. Mondmarken, hast du die noch? 2,30. Guck, hier sind noch ein paar. Nur diese einzelnen Gegner. Ja, Roman regelt das. Dings. Zorchivrosknall war wirklich lustiger. So kacke, dass wir lustig waren. Das hier ist einfach nur. Ich finde das immer ganz witzig, wenn die Gruppe auseinanderfällt. Was geht denn jetzt mit denen? Wir hassen Geister. Wir hassen Geister. Ja, aber echt, ne? Ja, Tatsache. Aber Ascalon wird ja ein 1,2 Albtraum. Ja. Ja, vor allem, wo will der hin? Wobei, in Ascalon gibt es da viele Messmache. Ich glaube, die Grawl haben. Die Grawl? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Charme erstmal. Ich glaube, sogar mit Energiewelle. Ja, ist ja erstmal nicht so schlimm. Also wirklich beschissen. Hier war jetzt einfach nur, dass man kein Adrenalin gekriegt hat. Das war das einzig richtig... Ja, das haben die auf jeden Fall nicht. Das kann ich dir sagen. Okay, das ist schon mal viel wert. Das haben nicht so viele. In Krüter gibt es auch Gebiete mit Stimmbinderheit. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Oh ja, stimmt. Das war nur für mich... ...schlimm. Vor allem wäre das ja eigentlich... Ja gut, du hast auch... Rett euch selbst. Ja, muss ich ja nicht mitnehmen. Aber auch interessant, dass es das schon gab. Weil ich meine, im ersten Teil, da gab es ja fast gar keine Schreie. Nur von Krieger, die halt wirklich nicht so stark waren. Stimmt, stimmt. Oder Brunnen der Stille einvermeidung. Das war bei, das ist kracke für uns. Oh, immer noch... Ey, das ist noch nicht zu fassen, dass es jetzt auch wieder fünf oder sechs Leute besiegt. 218 sind maximal. Haben wir schon wieder fast. So viele werden es nicht. Nein. Zum Glück. Hä, da war doch was, was sich bewegt hat, oder nicht? Nichts? Ne. Sieht immer so aus, ey. Die Büsche, ey. Sieht da unten im Wasser sein, hoffe ich. Am besten mal, hä, wo steht Sanatius denn da? Einfach so eine fleischfressende Pflanze, nur so. Hat er nicht aufgepasst, schon ist irgendwie Mutant-Turan ja so. Steht da drunter, hä, warum jetzt auf einmal so dunkel? Ja. Straight up aus dem Horrorfilm. Das habe ich mir alles nicht geholt, by the way. Ja, du willst es ja nicht, Max, ne? Ne. Sonnensperr, du bist ja auch kein Sonnensperr. Klar. Ist ja Krieger. Nur Paragon und Dervish dürfen. Ja, weil ja auch Dervish so viel mit Sperren zu tun hat. Ja, aber Paragon, ich muss es halt machen. Ja. Hier vielleicht, dazwischen, sonst hier vielleicht. Tricky Dicky. 40, ey. Legionär. Na, wo stehst du? Tja. Willst du nicht mitkommen? Ich bin doch ganz lieb. Ja. Das war seine Antwort. Direkt ausgeblendet. Denkt sich auch so, ach, ne, Menschen. Vor allen Dingen Gwen müsste den übelst fassen. Ja, gerade den. Brandor ja okay, keine Ahnung, aber der sieht ja richtig blutgrünstig aus, der Legionär. Das ist so straight up so ein typischer normaler Char. Ja. Und ein Char hält sogar quasi. Der Achille ist unter den Char. Ist so. Achille. Wo ich da reinschmeiße. Aber erst mal den. Oh, da sind noch mehr. Da steht er. Oh ja, dann haben wir es ja. Denk ich auch. Dann ist die Nummer ja safe. Deswegen habe ich auch nicht geschnitten. Ich wusste ungefähr, wo die sind. Aber ich habe es vermutet. Roman Raid. Boah, der steht doch ganz schön schnell. Naja. Wie Anton halt, ne? Wie Anton. Jetzt ist er, jetzt ist er mutiert. Guck mal, wie leicht man eine Sohle machen kann. Ja. Oh. Ja, dass ich aber schön den ausgleiche. Den Skill hat sich wie die Pest. Das sind ja Pokémon Leitteile. Oh, das ist so heftig. Genauer wie Leitteile bei Pokémon. Einfach 190 Damage. So krass. Ja, und selbst mit Level 1 könnt ihr dann richtig viel Schaden machen damit. Ja, aber kann man bestimmt nicht. Lädt bestimmt lange wieder auf, oder? Das wäre ja sonst übertrieben stark. Das lädt nicht lange auf. Das können wir gleich in Erfahrung bringen. Ja, und dann kannst du das ja immer wieder machen. Weißt du, was ich meine? Richtig, du setzt aber vorraus, dass du immer weniger hast als die Gegner. Ja, hast du ja dann, wenn die dir immer wieder, also kannst du dich halt ständig wieder hochhalten, wenn du am Verlieren bist sozusagen. Richtig, das ist ziemlich gut, das, genau. No. Nee, shit. Komm schon, den. Ghostbremme einfach so brutal, der schafft es nicht mehr als. Vor allem, guck mal, wer jetzt wieder da ist. Oh, da muss nicht mal mehr kommen. Guck, ich hatte recht. Ich hatte recht, warum schneiden, wenn ich noch Option habe. Ich habe nur 2% Malus. Hast echt viel gemacht, ne? Und Salazio ist auch wieder sehr viel. Hast du denen überhaupt ein anderes Bild gegeben? Ja. Oh, scheiße. Trotzdem verkackt. Wort der Heilung hat er gehabt. Äh, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Wir haben doch irgendwann in Xingyea gemerkt, dass es mit Wort der Heilung nur ging. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich kann jetzt, ich können die Dings nicht sehen, aber was ist das denn? Ach du Scheiße, das ist der Syltnerheld, Bug. Ach so. Wenn man nur so Polygon oder so sieht. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier rausgehe. Das sieht aus wie Dingens, Rohrschach, äh von Dings. Beim, das machen wir eigentlich im nächsten Part für den Gebiet. Hm. Ich glaube, Felsen, Schwarzwasserloch also. Krasser Shit. Endlich wieder mit einer Achtergruppe. So, jetzt gucken wir noch, bevor ich den Part beende, mit Grenzausgleich. Dazu nehmen wir jetzt einfach den Nekomond. Dazu nehmen wir jetzt einfach den Nekomond. So, da ist er. Das ist kein Attribut. Naja, 10. Ich dachte, es war 5, aber trotzdem. Ja gut, aber im harten Mod, die Gegner. Ja klar, für die ist es badass. Das hat kein Attribut, ne? Stimmt. Not bad. Gibt schlecht aus. Oh, war Goren oft beschützend. Das war gar nicht richtig Goren. Das war ein Fake. Er höchst so. Der war anscheinend verwirrt. Der muss immer aggressive. Das war noch wegen Dings. Wegen der Tiefe wahrscheinlich. Leute, das war's. Beim nächsten Mal gibt's Felsen von Dojok. Und dann müssen wir auch den Part im Gebiet beenden, weil das ist die einzige Möglichkeit, zur Ceylonenbucht mit 8 Leuten zu kommen. Geht nicht anders. Guck mal, der eine Typ da hinten heißt wie dieser Drache. Stimmt. Dieser komische random Drache, der nur so viel Glück gesagt hat. Mehr nicht. Viel Glück. Viel Glück beim Dragonhunt. Seine eigene Sippschaft abschlachten. Stimmt. Ja, aber böse. Ganz komisch. Böse Drachen. Leute, ihr Lieben. Da haben wir auch, falls euch das irgendwie gefallen haben sollte. Gab auf jeden Fall spannendere Parts. Falls nicht, können wir uns viel gerne formulieren. Und dann sonst nehmen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Also, eure Cécile. Ciao. Tschö. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da wärst und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow dalassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao. Ciao.